Wie geht es einem Bundesliga-Profi mit Geld und wie... Hä, wie cool! Kruse über Fremdgehen, Geld und Skandale. Das ist ja geil. Ich hab hier einen kleinen E-League 97 für euch. Es ist aber noch nicht final. Ich lese euch eine Nachricht vor. Hey, frohes Neues. Sag mal, der Max würde gerne mal im Januar Probetraining bei euch mitmachen. Wäre cool, wenn du und Zitten ja auch da wären. Habt ihr Bock? Gruß. Klar, mit Daumen nach oben. Wer wäre der Ansprechpartner für Planung? Dann starte ich mal mit dem. Gab's eine Nummer rüber. Das ist kein Spaß. Das ist die Wahrheit. Das ist kein Witz. Das ist die Wahrheit. Aber Probetraining... Also ich glaube nicht, dass er bei uns sozusagen mitmacht. Also, dass er bei uns eintritt, sondern nur mal so mittrainiert und daraus ein Video. Ich glaube sowas. Also ich glaube nicht, dass er bei uns eintritt, sondern nur so aus Witz mal mittrainiert einmal. Das denke ich eher. Um ehrlich zu sein. Um mal hier ein bisschen Dampf rauszunehmen. Danach weifel in der Kabine. Gruße Debüt gegen Grunewald. Video auch Big Run. Ja, Video wäre übertrieben. Stell dir mal vor, der trainiert mit uns mit. Bilai kriegt ne Krawatte, sorry. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.